Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Flammenfärbung und Boraxperle. Der Film gehört zur Reihe Ionen-Nachweise 1. An Vorkenntnissen solltest du über Licht, Energie, Frequenz und Wellenlänge Bescheid wissen. Du solltest das Schalenmodell des Atoms kennen und Kenntnisse über die Grundlagen der allgemeinen Chemie besitzen. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video zwei wichtige analytische Vorproben zu erläutern. Der Film besteht aus sechs Abschnitten. 1. Theorie der Flammenfärbung 2. Durchführung der Flammenfärbung 3. Flammenfärbung durch einige Metalle 4. Boraxperle am Beispiel von Kobaltsulfat 5. Farben einiger Boraxperlen 6. Zusammenfassung 1. Theorie der Flammenfärbung Wir haben die Flamme eines Bunsenbrenners und bringen ein anorganisches Salz Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com